Ja, Leute, mein Arsch, da muss ich gerade mal zu den Lohntigl ins Clubhaus kommen, dass ich noch zum Kässpatzen machen komme, oder? Aber ich habe mich zweimal gepicken müssen, oder? So, das läuft ja wie das Katzenmacher daheim. So, du hast das perfekt verstreit jetzt. Die schwimmen schon wieder runter, das heißt, das Wasser ist genau richtig. Das ist so heiß, dass sie gleich verschreckt und wieder auflaufen. Gut. Jetzt tun wir wieder eine Schicht Kässpatzen rein, oder Spatzen zum Käse, erst noch ins Kässpatzen. Du darfst schon anfangen zu verteilen. Wie hast du eigentlich? Fluton. Dir? Fluton. Also Florian, das machst du perfekt. Du bist in Zukunft Kässpatzen machen. Ach so, danke. So. Im Idealfall hätten wir eine Glasschüssel, weil die länger heiß bleibt. Und nachher kühlt es nicht so schnell aus. Oder eine Keramikschüssel, und so. Aber wir haben jetzt das da und es geht auch. Und ich glaube, die werden nicht zu alt. Die bringen wir schon weg. Wie denn? Die Kässpatzen bringen wir schon weg. So, oder? So. So. Jetzt machen wir den Wegschlag. Die ist drin, oder? Ja, genau. So. 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 So.